Ja, einen wunderschönen guten... Ja, ich wollte einmal was sagen. So, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum jetzt 33. Part bei Assassin's Creed. Wollte ich gerade sagen. Nein. Bei Yakuza Zero mit mir den Kegel und in der letzten Folge, die ich ja ein bisschen kürzer gehalten hatte, wollte ich ja eigentlich noch eine Runde Bowling spielen. Aber es hat nicht geklappt. Warum? Weil ich diese Flachzeile dabei habe, hier diese ML, und die wollten dann ins Geburt rein. Was natürlich scheiße. Aber, was soll's. Hallo. Na, was soll's? Na, was soll's? Also, jetzt ist aber mein, ne? Mal, lieber Freunde, ich hab auch eine Fühle! Boom, Baby! Oh, wir haben ja sehmal halb Mühe. Geil. Noch ein bisschen Energie haben wir jetzt auch verloren, das ist aber, ne? Ähm, ja. Das war mal wieder richtig gut. Ich kenne mich richtig gut mit der Steuerung aus, wie ich das, äh, schon wieder, ähm, leider feststellen muss. Aber egal. So, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, die letzte Aufnahme liegt schon wieder ein paar Tage zurück, ne? Und, ähm, Sagen wir mal, Leute, habt ihr auch noch ein bisschen Probleme? Ehm, gut, ja. Oh, ja. Nein. 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 Ich bin gekommen. Ahem, was? Nein, ich hab nichts gesagt. Alles gut. Das steht. cooperatural! Huirl coupon existiert! Oh! Das hier hat mich Judaism von학교 без stk! Ih, egal. Macht mich Frankly. Oh! 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 On worthy. Oh, ich komme gerade gerade hier. So, dann cruc速 sind wir Talk. Ich werde sch Castle倒aten! Ja. 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 Heißt du, du... Ja, du... Du... Oh... Hör... Ja! Du... Jäählte du... Hör... Du... Hör... Gut. Gut. Oh, yeah. Yo, what's this, Nishiki? What are you laughing? I don't think I can't see anything here. I don't think I can't see anything here. I don't think I can see anything here. I know, but... I don't think I can see anything here. 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 I can't see anything here. I don't think I can see anything here. That's right. I don't think I can see anything here. I can see anything here. If you're talking about it, you're going to be my little. You're going to be my little brother. What are you talking about? What? I'm going to be talking about you. What are you talking about? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. You have to pay attention to me. I'm so sorry. I'm so sorry, Nishiki. You're helped. Ah. You're going to be a meeting next time, right? What kind of person? Das war's für heute. Naja, gut, dass man uns umbringen will, ist ja, äh, ne, das wissen wir ja schon seit dem ersten Part, hahaha. Äh, okay, it's about time to meet Ola. Prédisur Café Ops is on Nakamichi Street. I should get moving. Mhm. Alles klar. Ähm, wo sind wir denn jetzt gerade? Äh, all right. Sind eigentlich die, äh, diese anderen Nebenmissionen noch hier? Also hier haben wir noch diese eine Person, die wir ja für, ähm, ähm, hier in der Ability-Dings, äh, freischalten müssen. Und was war hier? Oh Gott. Ich merke schon, ich war jetzt lange mit, äh, Kilio nicht mehr unterwegs. Ich sollte mich hier erstmal wieder ein bisschen, äh, ne? Aber ich würde mich ja wirklich jetzt erstmal nur auf die, äh, Hauptstory hier gedingsten. Aber warte mal, hier ist doch irgendwo dieser, ähm, na, dieser, ähm, dieser komische Schrein. Wo war denn das? Wo er diese besagten Punkte ausgeben können? Nee, das war das nicht. Hallo. Was ist das denn jetzt? Oh, bin ich doof. Oh, bin ich doof. Ist ja gleich, gleich hier. Guck mal, ich stehe daneben und sehe es nicht. Oh. Also, na, da haben, also da müssen wir nochmal, äh, gedingsten. Also, Dennis, da, so, so geht ja nicht. Ach stimmt, jetzt stand der lustige Clown. Da könnte man sich seinen Antrieb auch geben. It's me, Bob Utsunumiyao. Guess what I have for you? Oh. Hä? For sale? Äh. I don't need this? Wieso? Hm, okay. You got the Dragon Tattoo Outfit. You got a Tasnes Imperior. You got a Taugina Plus Plus. You got a Saminon Royale. You got a God Plate. Äh, got, ne, God Plate. Jawohl, ich bin die God Plate all the way. You can change your outfit, use your phone in your hideout. It only works in Premiere Adventure. And if you have the Dragon of Sojima Thumbpack. Oh, nee, wo ist denn? Use the phone in your hideout. Okay. Naja, gut. Ich hoffe, ich kann mir das merken. You can exchange your CP as this rein. Mal sehen, was wir da so gedingsten können. Wir haben ja siebten, ne, ne, neunze sogar. Ha! Geil! Hm, dash, how long am I gonna remove more quickly? Get the Card Watcher Accessory. Okay. So, we're here on. Ja, wir können ja auch mal hier so. Money Magnet 1. Gather more money from enemies. Mr. Shakedown more likely to take a nap in the park. Hm, hm. Business. Quick Collection Level 1. Reduces time it takes until revenue is ready for collection. Must unlock Kamut Rucho Real Estate Royale first. Okay. Okay. A new look for Kiyu's office. Das ist nicht schlecht. Aber was weiß ich, wir nehmen uns hier erstmal... Ja, das war falsch. Ach, geht das noch gar nicht? Oder muss ich erst das obere hier... Das ist ja doof. Ich dachte, wir können jetzt vielleicht das nächste Geld-Dings hier freischalten. Das gefällt mir ja gar nicht. Niveau Reichman start appearing around town. Weiß ich jetzt gerade nicht so direkt, was... Äh... Dir... Also ich weiß es nur übersetzungsmäßig, dass irgendwelche Typsen dann durch die Stadt laufen. Ja. Und das kommen wir noch gar nicht. Aber wahrscheinlich, weil wir diese Royale da erstmal freischalten müssen. Okay, okay. Und hier geht's... Ja, hier kommt, nehmen wir das auch noch. Cardwatcher. Yo. Hm. Neun Stück haben wir jetzt noch. Auf, den nehmen wir auch noch mit. Und das reicht. Ähm. Ja. Sehr schön. Wunderbar, wunderbar. So, meine Damen und Herren. Wollen wir jetzt hier eigentlich unser Versteck, beziehungsweise hier unser Hideout, wenn ich das jetzt richtig übersetzt habe. Nirgendwo. Wir haben keins. Ha, geil. Also wird das erstmal so nicht klappen. Gut, ja, dann gehen wir erstmal, würde ich sagen, hier unten zu Kaffee Alps. Damit jetzt bitte, was wir ja einfach machen können. Wir könnten uns ja auch einfach eine Kleinigkeit zu essen kaufen, oder? Aus Milch. Komm, dann machen wir auch nochmal mit. Man gönnt sich ja sonst nichts. Hallo. Herzlich willkommen. Ähm. Oh, ja. Ähm. Was wollen wir denn nehmen? Den Stuart Burger Set hatten wir schon. Ähm. Komm, nehmen wir den. Mwun, 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 mwun. Ho, ho. Kiryu hat übrigens an seinem Tisch, äh, der, der, der Tisch war nicht da. Der war weg. Oh mein Gott. What the fuck. Oh mein goodness. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dieser weiße Anzug, der passt irgendwie zu Kiryu. Ich muss es ja wirklich so sagen. Ich laufe in die falsche Richtung. Warum tue ich das? Ich weiß es nicht. Das ist eben meine Art. Oh Gott. Da steht der Flötchenkopf schon. Hanya! Geh's. Huh. Die sind wir denn? Wir sind k presch, äh. Oh Gott. Wir sind hier. Wir sind hier. Ja. Du bist das Wettbewerb. Du sagst doch nicht, oder? Du sagst doch gar nicht. Ich wollte dich nicht sagen. Ah? Was? Das ist das? Du bist nicht so gut. Du bist nicht so gut. Du sagst dich nicht. Wer ist das für mich? Wer kann dein Gehirn auswählen? Schau mal an. Mein Gehirn ist sehr schwer, Kiryu. Was ist das? Das ist ein Date-Megane. Man kann sich selbst auf jeden Fall sehen. Kannst du dir das für mich? Es ist ein Date-Megane. Oh Gott. Ah? Yakuzaのくせに専用屋を知らねえのか?しょうがねえな。 専用屋つうのは、苛たくいや、立ちのきりを目当てに建物を占拠しちまう奴らのことだ。 建物を占拠? ああ、よく借金の方に裁判所で売りに出されるビルがあるんだが、これを競売物件という。 普通の出物より相当安い。 けど、こいつを競り落とすと、その専用屋がどっからか湧いてくるんだよ。 で、自分たちはこの建物から出て行かないぞと居座る。 連中の狙いは、ビルの買い手にデタラメな立ちのきりを吹っかけることだ。 本当はそこの住人じゃないのにってことか。 そういうこと。 もっとも、専用屋は大抵ビルの元の持ち主とグルだ。 専用屋を背しめた立ちのきりをから元の持ち主に分け前を払うって仕組みになってる。 それじゃあ、その専用屋を力づくで追い出すのが俺らの仕事ってことか。 いや、そうはいかないんだ。 か弱いビルの住人たちは、法律で守られているんでね。 力づくで行けば警察だたになる。 その時捕まるのはもちろんこっちだけだ。 おかしな話だろ? 結局、ビルの買い手は理不尽な金を払わねえと専用屋を追い出さねえんだ。 確かにな。 けど、その金をなるべく払わずに済ませたいってのが、今回の俺たちへのオーダーだ。 爺さんそろそろ来ると思うんだが、先に店に入ってるか? おっと、その前にこれ渡すの忘れてた。 キリュウ君の名刺だよ。 これであんたも、立派な立場の不動産の社員だな。 いいか? 今日はお前のサラリーマンとしての適性を図る。 あんまり舐めた真似するようなら、きちんと社長に報告するからな。 わかった。 いらっしゃいませ。お好きな席へどうぞ。 からだわかったら、わかったら、どこに話してるよ。 あんま・・・ Wenn wir den gleich hier vorne nehmen, oder? Ja, nehmen wir den hier vorne, würde ich sagen. Okay, das ist kein Problem, wenn ich das hier nicht verstanden habe. Ich gehe nicht zu sagen, wenn ich das hier nicht verstanden habe. Uh, take the farthest seat, take the nearest seat. Um... Ich nehme den. Hey, du denkst nicht, dass du in der Kamm-Zahre stehst, oder? Oder? Der Kamm-Zahre ist der Kamm-Zahre und der Kamm-Zahre ist der Kamm-Zahre. Der Kamm-Zahre ist der Kamm-Zahre. Der Kamm-Zahre ist der Kamm-Zahre. Wenn du nicht, dass du nicht mehr, wenn du nicht mehr so, wasst du? Wenn du dich auf dem Kamm-Zahre bist, hast du immer auf dich. Entstanden. Willst du den Kamm-Zahre? Ah, genau. Ich bin Kaffee. Ich bin der beste Geschäftsmann, besser geht's nicht. Ich bin der Kaffee. 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 Das ist ein ganz neuer Stadtmesser. Das war's für heute. Ich weiß nicht. Ich bin ein Mann. Ja, ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann, wie ein Mann. Hast du dich von ihm eine Anruhe? Ich bin noch nicht. Ich kann mich, dass ich mich für die Tatjibana anstelle, und ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind, aber ich bin ein Kind. Ich weiß nicht, ob ich ihn nicht. Ich weiß nicht, ob ich ihn nicht mit dem Weg gehauen. Natürlich. Ich denke, Herr Yamah-Nui, wenn man die Runde von den Angelegenheiten über die Angelegenheiten nach dem Angelegenheiten über die Angelegenheiten nach dem Angelegenheiten kann man es schnell gehen. Ich denke, dass ich 500 Millionen Euro bin. 500 Millionen Euro bin ich? Ich bin nur für einen Angelegenheiten. Das war's für mich. Danke, Herr Kiyu. Meine Kiyu ist ein Experte für Yakuza. Was? Ein Experte für Yakuza? Ich habe gesagt, dass ich vorhin auch ein Dau-Jima-Gummi gesagt habe. Vielleicht ist er der Kiyu-Kiyu? Nein, das ist... Ich bin ein Yakuza-Otac-Otac. Ja, ich bin immer noch ein Kiyu-Kiyu und habe immer gefragt, Herr Kiyu. Ja, Herr Kiyu. Oh... Ich habe die Kiyu-Kiyu zu dir, dass ich sie einfach mit einem Dau-Jima-Gummi gebe. Dann können Sie das auch mit dem Kiyu-Jima-Gummi sagen. Natürlich, ich habe die Kiyu-Jima-Gummi gekauft. Ich bin sehr dankbar. Ich bin schon mal ein paar Jahre alt. Ich bin auch immer bei der Tatjana von der Tatjana oder der Tatjana. Ich bin immer bei der Tatjana von Yamai-San. Wieso? Das ist die Tatjana von Tatjana. Das ist ja so. Und wo ist der Tatjana von der Tatjana? Der Tatjana von der Tatjana von den Tatjana. Entschuldigung. Entschuldigung. Dann bitte ich euch. Na, Kiryu-kun? Äh. Der Oda gehört auch erschlagen, ey. Aber ich selber auch, weil ich jetzt gerade hier total gefehlt habe. Aber egal. Passiert! Kiryu-kun. Was ist das? Ich bin ein Fahrer. Du hast einen Kassi-Ori. Du hast einen Kassi-Ori. Wenn du einen Kassi-Ori mit einem Kassi-Ori-Test bist, dann kannst du es nicht mehr so machen. Das ist auch ein Business-Manner. Ich habe das auch noch. Ich habe es auch schon gesehen. Wenn du Kassi-Ori-Test bist, dann kommst du vor der Kassi-Ori. Dann kommst du vor. Ich werde dich warten. Dann kommst du wieder. Ja. Auf einer von den kleineren Straßen von Tenka-Chi. Ich muss einmal schauen. Ich habe dieses GIF-Box. Alter. Ja, deswegen. Warte mal. Ich wollte noch mal ins Inventar gucken. Ähm. Equipment. Warte mal. Dann sollte man die vielleicht mal wechseln. Hier mit der Shotgun. Also mit der Schrotflinte. Weil ich sag mal 230 ist ja schon besser wie 115, ne? Nur mal so als kleines Dings am Rande. Okay. So. Da könnte man glaube ich immer kurz diese Kontaktlinse. Und dann meldet sich der Tail-Machine. Das ist ja schön. Ich freue mich sehr. Ähm. Hör mal auf. Dann nehmen wir den mal ganz kurz dafür raus. Und setzen den rein. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Fehler ist. Oder ob es gut ist. Oder wie. Oder was. Ähm. Ich mache das jetzt einfach mal. Ist es von mir so entschieden. Und gut. Ist es. Okay. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt einmal einen kurzen Schnitt. Und wir sehen uns gleich in der nächsten Folge wieder. Bis gleich.